... für einen Ausbau deines Busunternehmens in Angels Shores. Ich habe ein schönes Wandergebiet auf Gold Island gefunden und dachte, dass es toll wäre, wenn auch andere in den Genuss dieser Gegend kämen. Und damit es ein schönes Wandergebiet bleibt, hatte ich die Idee, dort Erdgasbusse einzusetzen. Die sind umweltfreundlicher. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bus Simulator 21. Next Stop mit mir zusammen. Ich bin der Diggi, spielt das hier auf dem PC. Und wir sind ja in der letzten Folge stehen geblieben. Mit dem Beginn dieser Mission verbinde Gold Island. Und zwar müssen wir dafür als allererstes mal einen Erdgasbus, einen Bus mit Erdgasantrieb kaufen. Und das heißt, wir müssen uns zum Busdepot begeben. Und dort einen Bus kaufen. Hier sind wir. Wir schauen hier. Transit Station Tram Hub. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Da ist der Pinsel. Nein, 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 nein. Jetzt mal kurz hier schauen. Bus Dealer Schiff, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. So. Wer ist denn jetzt hier mit Motortyp? Das ist ein Elektrobus. Fahrzeugauslast und Pappstoff. Diesel. 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 Hier noch gesperrt. Was ist denn jetzt hier ein Erdgasbus? Was ist denn jetzt hier ein Erdgasbus? Ich glaube, diese CNG-Kraftstoff? Elektro-Kraftstoff? Die sind auf jeden Fall Elektro-Kraftstoff. Die war in der Stadt. Nehmen wir die, können wir mal eine Testfahrt machen. Ja. Können wir mal eine Testfahrt machen. Eine Testfahrt machen. So. So. Was machen wir? Wobei das eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Aber tun wir es einfach mal. Und dann denke ich nehmen wir den. So. Damit haben wir das erste erfüllt. So. Dann können wir nämlich jetzt hier. Wir binden den Stadtteil Good Island und den Stadtteil Highlander Park mit mindestens einer Route. Okay. Also Highlander Park ist ja hier oben. Und Good Island, wo ist das jetzt? Erstmal hier unten. Da ist Good Island. Die Route. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Route da am günstigsten ist. Die Iranische Route 3 ist diese. Moment mal. Oder kann man eine extra Route machen? Neue Route erstellen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Highlander Park. Um Gottes Willen. Mindestens eine Route. So. Das heißt. Abbrechen. Wir müssen. Wir sollen eine bestehende Route damit verbinden. Nehmen wir Route 3. Ausdehnen. Ausdehnen. Das ist Golden Island. Das heißt. Das ist Golden Island. Moment mal, abbrechen, ändern, Moment mal, äh, wie entfernt man die denn zusammen? Ah. haben wir auch erledigt so es befördere 25 fahrgäste von und nach gold island tourist center ist der jetzt west kopf was habe tour center da müssen wir hin okay dann machen wir das jetzt so wie fahren die route 3 müssen wir jetzt natürlich fahren und zwar mit unserem neu gekauften erdgas bus so dann haben wir das gucken dass wir hier keine über den haufen fahren auch nicht unseren bus beschädigen den wir gerade gekauft haben für 160.000 schleifen das ist auch nicht unbedingt günstig aber ja so ist das halt man muss auch mal investieren so von hier rechts rum hier rum hier ist die kurbel lang hier 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 da wären wir schon, wunderbar, pünktlich sogar so, er möchte eine Fahrkarte, und zwar möchte er die Kinderschüler-Fahrkarte, einfache Fahrkarte einmal, die kommt für 18,20 Euro wieder so, gibt es noch jemand, nein, das heißt wir schließen die Türen nächste Station da wären wir schon ja, die nicht anders ach, diese Schlaglöcher-Mensch mehr hier auch nicht na komm, lauf doch ein bisschen zu da du hast auch nicht mehr alle, du Taxi, oder? Alter, was geht denn hier ab? ich habe meiner Katze gesagt, wie seltsame Leute aussehen, die behaupten ihre Hunde würden sie verstehen soo nächste Station dann soll derjenige sich auch mal vernünftig an die Haltestelle stellen, das ist auch vernünftig ja, ey ey ey, was geht denn hier ab? laufen die einfach, ich starte schon auf einer Haltestelle, läuft die noch davon muss kannst du nicht packen, nein hier ist was los so so, Seniorenticket Wochenkarte einmal 6 Euro so so Omi, wirds da laufen? nein, gut was ist denn jetzt hier los, es fing so gut an, ja ist ich jetzt falsch, oder was? hä, bin ich jetzt falsch? ich weiß gar nicht mehr wo ich bin hier ach, Mann ey, was ist denn hier los? nicht 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 denn können Wegt er jetzt? Mann, 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 ey. Dann soll er das doch mal vernünftig ansagen. Mann, 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 ey. Mann, Mann, ey. Das ist... Nein. Tschüss West Oakwood High Street, ja, tschuldigung, hab ich falsch beantwortet, ja egal Dann auch mal passieren So, die bauen wir aus Schnell, die sind Schnell, die sind Ah, gleich schön an unser Neuen Bussieren, Mann! 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 Ah, hätte ich vielleicht sogar noch geschafft, aber lassen wir das mal! So, jetzt fahren wir schon auf Gold Island, ihr seht's! Jetzt fahren wir hier hoch, wunderbar! Jetzt auf die Schnellstraße! Richtig nice! Richtig nice! Richtig nice! Das ist doch mal richtig schön! Oh, 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 oh! Und ich bin gefahren! Oh, 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 oh! Ich bin zu weit gefahren! Da willst du doch einmal Außenaufnahmen machen, dann bist du weit. Was ist denn die Haltestelle? Ja, oder nicht? Gibt's doch gar nicht. So, Kinderschülerfahrkarte, 1,2. So, was war da jetzt? Meine Tochter erzählt mir wieder von All Directions. Vielleicht soll ich sie mir einmal anhören. Lappe. Schick gegebend hier, dieses Golden Island. Ich weiß nicht was du davor hast, aber... Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Da sagst du, was war das? Das ist mal eine Frage. Hätte ich mal was Bescheites von sich, wie gehen hier im Bus? Da liegen doch irgendwelche Pylonen auf dem Weg. Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Da liegen doch irgendwelche Pylonen auf dem Weg. Die Straße rum? Das gibt's doch gar nicht. Also, ich weiß nicht. Komische Gegend hier. Zeittag! So, können wir hier irgendwas machen an der Haltestelle? Nee. Können wir nicht. Gut, dann fahren wir weiter. Äh, hierzu. Das Name ist первый. Dayside, Gold Island Tourist Center. Ganz schön windig draußen. Zum Glück habe ich den Buch zergeschnitten. Dann fahren wir jetzt zum Tourist Center. Da sollen wir ja 25 Fahrgistenen hinbefördern. Das ist die letzte Mission bzw. der letzte Punkt hier in dieser Mission, den wir zu erfüllen haben. Alles andere haben wir ja schon erledigt. So. Ey, du hast doch ein Eier am Wandern, Mann! So, wo wir sehen, dass er sich ausweichen musste. Da war ein Pylone im Weg. Ich will über den drüber fahren oder was? Hä, wo müssen wir denn jetzt langieren? Ja, umdrehen oder was? Ah, ist das ein Kack, ey! Hey! Wenden in drei Zügen mit einem Bus. Kinder-Schüler-Fahrkarte. Oh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Oh, Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Oh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Ich brauche einige Fahrtarten, bitte. Ich hoffe, das öffentliche Verkehrsnetz hilft mit den ganzen Verkehrsstaus. Ich hasse es, zu spät zur Arbeit zu kommen. So, das war's. Ich habe aber gar keinen E-Bus, aber erzähl mal. So, komm schon mal. Ich bin eingeschlafen. Ja, machen wir. Wir sind ja so fair. Ach, ich habe aber jetzt ein Beförderung. Ich gebe mir auch immer Zeit für meinen Enkel. Boah. Scheiße, Mann. Erst gleich. Richtig gut. So. Ich war übers Wochenende in einer Weite. Es ist so schön, da... So, es hieß ja von und nach Tourist Center. Das heißt, die Fahrgäste, die wir jetzt dort aufgenommen haben, am Tourist Center, die wir jetzt hier befördern, ähm, erzählen ja auch dazu, zu den 25. So, ich weiß, schlechte alte Position. So, hier steigt eine Menge ein. So, hier steigt eine Menge ein. So, hier steigt eine Menge ein. So, ich w leade eine Menge mit den Ist das ein Tornado? Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrtarten kontrollieren. Danke. Eine Fahrtarte, bitte. So, da wir gerade dabei sind, Fahrkarten mal zu kontrollieren. Ah, erwischt. Ich habe einen der Nerds bei Denali Research gefragt, ob er meinen Computer reparieren kann. Er meinte, er sei Programmierer, nicht beim technischen Support. Er meinte, Hyde, Clinton Avenue. Komm, hat ein bisschen zu da. Oh, der Wind hat mir die Frisur komplett ruiniert. Ach du liebe Zeit, Clinton Avenue, ja. So. Da war ein Kollege von uns. So, und da ist die Highlander Church. So. Haben wir das Ende erreicht? Wir haben über 8 gefördert. Das heißt, wir müssen die nochmal fahren, einige Male. So. Hier rechts. Hier links. Was ist das? Ich liebe das neue All Directions Album. Es gibt doch nichts so dumm da rum, ey. So, auf diese Haltestelle bauen wir aus. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich liebe es. 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 Und die sind. Wann ist die Leute? Ich frage mich, ob nach Spring of Affection noch eine Staffel kommt. Hoffentlich nennen sie sie Summer of Love. So, Yerom. Ich muss unbedingt noch Katzenfutter kaufen. Gehen wir raus? Nee. Scheiße! Gehen wir raus? Geh! Gehen wir raus? Wiener Das ist ein paar Worte. Meine Fresse, ne, ey. Oh, diese scheiß Schlaglöcher, ich krieg den Hammer, ey. Eine Fahrkarte, bitte. Zack, zack, zack. Ja, komm, steig aus. Zahltag. Scheißy, sieg aus. Super Westminster High School. W Das sind die Tiefe. Lustre. ich hab Schippen gerade hier, Gewitter in allem drum und dran jetzt haben wir gucken 20 Uhr Schreifen, aber gucken wird trotzdem mal geil, oder? alter Schwede hier 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 Ich hätte hier die Vorfahrt gehabt, aber macht nichts. Boah, ist das am Schitten, leck mich doch an. Alter Schwede. Na komm, gib Gas, da kommt doch keiner. Boah, worauf wartet ihr denn? Natürlich ist klar, wenn da so voll und nicht aus dem Quark kommt. Ah, ich stehe, ich stehe. Geht sogar nach Golden Island. Oh, ey. Wie willst du diesen scheiß Schlaglöchern ausweichen? Das geht auch gar nicht. Das geht auch gar nicht. Immer diese Schlafnützen im Verkehr. Ich verstehe es nicht. Wir fahren schon mal rüber. Wir wollen gleich die Ausfahrt nicht wieder verpassen. Das ist nämlich hier runter, weil sie groß ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die war ja noch ein bisschen weiter. Ich verstehe es nicht. 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 Diese Tageskarte einmal 3,80 Euro. So, das war's. So, das war's. So, die war auch wieder ein knappes Stück entfernt. Da ist ein Licht kaputt. Ich glaube nicht, da so aus. So, das war's. So, das war's auch ein Wald ali. So, das war das Initiative. Die Laufspielen auf die Straße macht man ja auch immer so, die Leute müssen drehen irgendwie. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da habe ich ein bisschen blöd gemacht. Das habe ich ein bisschen blöd gemacht ehrlich gesagt. Das muss ich zugeben. Das muss ich wirklich zugeben. Das war... Gold Island Tourist Center. Gold Island Tourist Center. Gold Island Tourist Center. Gold Island Tourist Center. So, normale Fahrkarte, Tageskarte, zwei Stück. Ich hatte diesen Burrito nicht essen sollen. Danke. Dann die 14 von 25. Sehr schön. Wird er langsam. Wollen wir wieder zurück. Boah, ey. Das ist wirklich eine ganz enge Stelle hier. Ganz enge Stelle. Also mit dem Gelektbus hättest du echt Probleme. Echt Probleme. So, jetzt geht es wieder zurück zum Highlighter Church. Ich weiss nicht, in Ranchelu. Geradeaus noch. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Da habe ich gemerkt. Oh, du Arschgesicht. Entschuldigung. Mann, ey. Ich war doch schon längst auf der Straße, auf der Spur. Da fährt er mir noch in die Karre rein. Voll geil, ey. Oh, wir wollen Fahrkarten. Ja, 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 ja. Oh, das hat sie gemeint. Oh, danke, denn euer Lo-Fi-Sound von Barchi ist so entspannt, dass ich dabei immer... Danke. So, kommen wir weiter. Kinder-Schüler-Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Nachschüler-Fahrkarte. Nachschüler-Fahrkarte. Ah, Mann. Ich glaube, die Konzentration ist weg. Ich bin froh. Aber ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. So. Also der vor mir sieht aus wie ein Tesla, das Taxi. Dann ausgebaut werden. So, nächste Station, Endstation. Oh, war das knapp. War das knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal fahren und nochmal fahren und nochmal fahren. Ich würde sagen, eine Runde fahren wir noch. Dann schauen wir mal, wie viele da gefahren haben. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Mein Gott, diese scheiß Schlaglöcher gibt es doch gar nicht. Das tollste ab August ist, dass Sie da anfangen, Leben zu verkaufen. Gehen Sie von der Tür weg. Eins nach dem anderen. Dann kämpfen wir dann. Genau. Ja. Okay. Oh, war das. Danke fürs Aufsehen. Wieso züssig? Shhh. 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 He's died. Reganer and Jenny. Shhh. 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 Ach verdammt. Ich hab vergessen die Haustür abzuschliessen. Tja. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Nur hin bitte. Aber gerne doch. Undy para doch... st war. Mitärste Ei. Berei- Und Negri. Ich habe noch ein. Westen... Dschel т. Bistare Jochen und Dification Wieso? Wir fhellig. Und отдель September. Wir gehen anscheinend nicht drauf verkehrt. Wir gehen anscheinend. So, da kommt noch einer, da kommt noch einer, möchte ein Seniorenticket, einfache Fahrkarte einmal, 0 Euro, das war's, Tür zu. Hier hat der Regen aufgehört. So, da werden wir. Der Tiddy. Der Tiddy. Den soll er ja wieder haben. Jetzt noch Chinatown. Aus. Boah, diese Schlaglöcher, ich find's echt zum Kotzen, ganz ehrlich. Macht doch keinen Spaß sowas. Weiß nicht, wie macht ihr das denn mit den scheiß Schlaglöchern? Nehmen wir jetzt einen Third? Nein. Bitte. So, sonst noch jemand hier? Nein, schließen wir die Türen. Und nehmen wir Chinatown West. Dann fahren wir glaube ich schon... Genau, dann fahren wir nach West Oakwood Highstreet, äh Oakwood Highstreet und dann fahren wir nach Golden Island? Witzig rüber, ok So Ich mach's leiser, Entschuldigung Mein Gott, die Tutu Ey, die laufen ja einfach So, gehen wir auf, ihr Zahltag Sehr, sehr schön So Ist das jetzt so in Lincoln Street? Boah, das kommt einiger Seht mal Jetzt laufen die doch, ey Das ist ja ne Schweinerei Stehen bleiben, so tun als ob sie nicht rüber wollen Und damit mal losfahren will, dann laufen sie rüber, die Das ist die Menschheit, ey Das ist die Menschheit, ey Und dann noch Schmerzensgeldverklang und so'n Scheiß, ne Wenn man noch selber dran ist, man die umgefahren hat, ey Das ist die Schweinerei Okay So, jetzt geht's an Westcalf Golden Island Witzig Will Vier Witzig 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 A Witzig 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 So, das müsst ihr auch immer machen, wenn ihr irgendwo zu weit gefahren seid und ihr wollt ein Stück zurückfahren, außen an sich und hinter euch gucken, sonst habt ihr direkt einen Schaden am Bus, beziehungsweise dann wieder eine dicke Rechnung, das muss ja nicht sein. Wie im Warenlehnen, wenn ihr mal erst zurückgucken, durchschauen, ob ihr da ein Indernis habt, wenn ihr dann rein fahrt, wenn ihr rückwärts fahrt, dann deshalb immer gucken. So, das war mir hier gut, ja? So, das war mir hier gut, ja? Ist sie zu weit gefahren? Scheiße. Haben wir gerade noch abgefangen. Ich bin falsch in die Einbahnstraße gefahren, da war doch ein VV8 Schild. Das kann ja im Video kaum dastehen, wenn man in die Richtung gar nicht reinfahren darf. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Oder meinen die, wo ich da rückwärts gefahren bin? Das kann natürlich auch sein. Mal diese Blockierer hier. Das ist aber nicht die feine Art hier. Fußgänger anzugucken, nur weil diejenigen, die schnell wieder über Zebrascheifen laufen. Wo sind wir denn? Nein, nein. Sachen gibt es nicht. Das ist irgendwie normal. Ich kann ja gar nicht, dass ich mich nicht so einfach anfah. So, Old Stylo, so nachkommt dann der Tourist Center. Der Last Tourist Center liegt, auch immer. Wunderschön, wunderschön, das Gegentier träumt. Ich freue mich schon darauf, nach der Arbeit im Stausee zu schwimmen. Das kalte Wasser ist so erfrischend. So. Tschüss. Das ist nicht meine Uhrzeit. Danke. Danke. Bitte. Müssen wir nämlich umdrehen, jetzt ist nämlich der Holz. Oh. 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 August 2011 Das ist auch ja so. Jetzt ist es einfach der capturkraft. Weg, das ist auch nicht genug. Was man so alles machen muss während der Phase. Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die Richtige. So 21 von 25. Das heißt eine Runde noch, dann hätten wir es. Aber ich sag mal, das machen wir dann in einem der nächsten Videos. War schön, dass ihr bis hierher zugesehen habt. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Dittling Spielt das. Haut rein. Ciao. Servus und tschüss. Euer Dittling Spielt das. Macht's gut. Bye. Bye.